Ja liebe Freunde, und jetzt ein Weihnachtsvorbereitungsgedicht aus meinem neuen Buch, das glaubst du ja selber nicht. Die Christbaum-Suche. Die Susi und die Jacqueline, die waren schon immer das Spitzenteam. Beide blond und wunderschön, die müssen in den Wald rausgehen. Der Chef sagt, sie sollen einen Christbaum holen, es wird ihr dann schon einer gefallen. Sie rennen zwei Stunden kreuz und quer im ganzen Wald drin hin und her. Alle sind abgerannt und schwitzen wieder blöd, doch den passenden Christbaum, den finden sie halt nicht. Da machen sie denen dann mal Rast und schimpfen, weil halt keiner passt. Da sagt die Susi, mei, wenn es keinen gibt, dann nehmen wir halt einen ohne Kugeln mit. Das gab's dir selber nicht, das gab's dir selber nicht. Das gab's dir selber nicht, dass das alles stimmt. Das gab's dir selber nicht, das gab's dir selber nicht. Das gab's dir selber nicht, dass man dir das abnimmt. Da war es leer nie. Da war es dir selber nicht. Muito such ein Buch aus ihr Lausbr囉. Ober Chopper ist Nembus zu訊ang.